Hallo und herzlich Willkommen zum Volleyball-Potalfinale in der Pick-and-Pack-Atoile der SAP-Arena bei den Männern. Der deutsche Meister, die Recycling-Molle ist aus Berlin gegen die Jungs in den Dunkel-Digus aus Düren. Also, schauen wir zu, hören wir zu. Da ist es! Was für ein Spiel! Gigi Berlin, 3 zu 1, Finaleinzug für die Berlin Recycling-Molle. Die Volleyball-Fans, sie fiebern seit vielen Monaten ja diesem Regen entgegen. In einem Spiel kann eine Menge passieren. Das sind die Männer, das sind die Teams von Berlin und Düren. Und dieses Spiel ist vorbei.